Ihr werdet es kaum glauben, aber ich bin nicht perfekt. Ich habe in den ganzen Jahren eine Menge Fehler gemacht. Und weil ich keine Angst vor Fehlern hatte im Laufe der Zeit, habe ich eine Menge über Motoren lernen dürfen und lernen können. Und ich dachte mir, wir sprechen heute mal darüber, was du wissen solltest, bevor du anfängst, an deinem Motor rumzufummeln. Denn da gibt es nämlich so ein paar Sachen, wo viele Leute gar nicht dran denken. Das heißt, bevor das böse Erwachen kommt, hast du hier dann schon mal so einen netten Eindruck davon, was du wissen musst, bevor du anfängst zu fummeln. Ist doch geil zu wissen, oder nicht? Wir fangen einfach mal von oben nach unten an, statt von unten nach oben, weil ich da heute Bock drauf habe. Zylinderkopf, da hast du zum Beispiel Ventilfedern. Und diese Ventilfedern haben eine Einbaurichtung in, keine Ahnung, x Prozent der Fälle. Viele Ventilfedern sind progressiv, sprich die Windungen werden nach unten hin enger. Das heißt, sobald sie komprimiert werden, dass sie mehr Druck auf den Ventilteller als solches, beziehungsweise auf die Anlagefläche als solches, aufs Üben, damit die nicht auf Block gehen und die nötige Ventilfederkraft bereitstellen können. Ventilfedern haben eine Einbaurichtung nicht einfach irgendwie reinstecken. Ventilfedern haben aber nicht nur eine Einbaurichtung, sondern auch eine Ventilfederkraft als solches, die mit der Zeit schlaffer wird. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, wenn die Feder ihre Kraft nicht mehr bereitstellen kann, sie müde geworden ist durch diese ganze Bewegung, dann muss auch dementsprechend die Ventilfedern ersetzt werden. Es ist aber wahrscheinlicher, dass du sie falschrum einsetzt, als dass die Ventilfederkraft als solches in deinem direkten Fall jetzt nicht mehr ausreichen sollte. Ich habe hier jetzt welche aus Titan und aus Stahl. Die klingen ein bisschen anders, daher weiß man das. Und Ventile arbeiten sich hier am Sitz, darüber sprachen wir in den älteren Videos jetzt schon ein paar Mal, in die Ventilsitze als solches ein. Die werden dann hier oval und rund. Ich blende dir ein Bild ein. Das heißt, Ventile sind ein Verschleißteil und müssen dementsprechend ersetzt werden oder nachgeschliffen werden, was bei Titan nicht geht, aber das ist ein anderes Thema. Und das gleiche gilt für die Ventilsitze als solches auch. Wenn sich das Ventil hier immer wieder in den Sitz einschlägt, dann verschleißt dementsprechend auch der Sitz und auch der muss dann irgendwann mal nachgeschnitten werden. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, bis das Ventil dann zu tief im Sitz sitzt oder kein Material mehr im Sitz als solches da ist. Dann muss der Sitz ersetzt werden, aber bis dahin kann der nachgeschnitten werden. Das Ganze wird dann hier oben über das Ventilspiel einstellen, dann dementsprechend ausgeglichen. Sollte man wissen, wenn man da rangeht. Das gleiche gilt für die Ventilführungen. Diese Ventilführung sitzt in dem Zylinderkopf drin und die führt, wie der Name das schon sagt, dieses Ventil. Und irgendwann ist diese Ventilführung so ausgenudelt und ausgeschlagen, dass auch diese ersetzt werden muss. Im Falle der LC4-Modelle ist es bei 7,05 mm. Über Kebhebelrollen brauchen wir, glaube ich, nicht reden, weil irgendwie jeder schon in irgendeiner Gruppe oder Forum schon mal von den berühmt-berüchtigten Kebhebelrollen gehört hat. Überspringig kommen wir zu Kolben und Zylinder. Wenn du an deinem Motor rumfummeln willst und zum Beispiel im Falle von einem LC4-Modell nur die Fußdichtung erneuern möchtest gegen die neue Blechdichtung, dann neigen viele dazu, dann mit neuen Ringen auf eine alte Beschichtung oder eine nicht mehr vorhandene Beschichtung zu gehen. So nach dem Motto, wenn ich es eh schon mal in der Hand habe, kann ich auch gleich die Kolbenringe neu machen. Das würde ich dir nicht empfehlen. Neue Ringe immer nur in Verbindung mit einem gehohnten Zylinder, weil sonst dieses Einfahren extrem lange dauert, was möglicherweise eher zu Defekten als zu einem schön laufenden Motor führen wird. Was aber nur meine Sicht der Dinge ist, also ich würde das so handhaben, was man wissen muss in Bezug auf Kolben und Zylinder ist, es gibt da unterschiedliche Methoden ranzugehen. Es gibt Beschichten, es gibt Hohnen, es gibt Bohren. Bohren ist immer nur, wenn diese Bohrung hier größer werden soll. Wenn diese Beschichtung, die hier drin ist, nicht mehr in Ordnung ist und nicht mehr gehohnt werden kann, dann wird neu beschichtet. Nach dem Beschichten muss immer gehohnt werden. Ist die Beschichtung, die ein gewisses Maß hat, eine gewisse Dicke, noch ausreichend vorhanden, kann einfach auf ein nicht größeres Kolbenmaß gehohnt werden, sodass über den Kolben eingestellt wird, wie das Laufspiel in dem Zylinder als solches drin ist. Das bedeutet, wenn deine Bohrung 101,00 Millimeter hat, diese Bohrung, wählst du einen Kolben mit 100,94 Millimeter, um so Pi mal Fenster bei einem 600. Laufspiel des Kolbens zu sein und zu bleiben. Kommt nicht auf die Idee, einfach das nächste Kolbenmaß zu nehmen, nur weil ihr einen gebrauchten Zylinder habt. Diese Kolbenmaße sind dafür da, um nach dem Hohnen einen passenden Kolben dafür zu haben. Gibt es keinen Kolben mehr, wird dementsprechend wieder beschichtet. Das heißt aber nicht, dass man beim A-Maß landet, sondern es kommt ein bisschen darauf an, wie gehohnt werden kann. Ganz, ganz wichtig. Viele verwechseln das, viele machen das falsch. Nur mal eben so grobe Richtung. Kommen wir zur Kurbelwelle. Viele fangen spätestens bei der Kurbelwelle an zu pfeifen. Bei der Kurbelwelle ist es so, dass in, ich glaube in 85% der Fälle bei den KTM-Modellen, diese Motoren Zylinderrollen gelagert sind auf den Hauptlagern, sprich Kurbelwellenlager. Die sehen so aus. Diese Zylinderrollenlager sind dazu gedacht oder dafür gemacht, nur mit Wärme von dieser Kurbelwelle runtergenommen zu werden. Es gibt Leute, die gehen da mit einem Trennmesser drunter. Wisst ihr, wo man mit zwei Klingen da drunter fährt, um die da runter zu ziehen? Das macht man nicht. Dafür gibt es entweder ein Spezialwerkzeug, womit man da drauf geht, was man erwärmt, was die Wärme auf die Innenringe überträgt, womit man das dann abziehen kann. Das habt ihr bei mir auch schon mal gesehen. Genauso kommen sie auch wieder drauf oder eben mit einer Sauerstoffacetylenflamme, wo richtig schnell Hitze eingebracht werden kann, sodass diese Zylinderrollenlager sich dann dementsprechend ausdehnen und dann von der Welle genommen werden können. Kommt nicht auf die Idee, da irgendwie dann rumzuflexen oder zu hauen. Wenn du das nicht hast, dann lass es bitte beim Motorbauer machen oder kauf dir das Spezialwerkzeug dazu. Fang hier nicht an, mit Gewalt dran rumzuüdeln. Das gleiche gilt für das Pleuelager. Das Pleuelager als solches kann nur gecheckt werden, in dem Moment, wo die Kurbelwelle aufgepresst, sprich auseinandergenommen wird. Was du machen kannst, um rauszufinden, ob dein Pleuel grundsätzlich grobe Richtung okay oder verschlissen ist, ist, das hier am Pleuel festzuhalten und zwar so und da oben drauf zu schlagen. Ihr hört auch schon, wie es klingelt. Zum Vergleich eine gute Kurbelwelle dazu. Diese Kurbelwelle ist frisch instand gesetzt. Als Vergleich still, laut und dieses Klingeln, was ihr da hört, ist das Spiel, was ihr habt und demnach könnt ihr davon ausgehen, dass das Pleuel dann dementsprechend instand gesetzt werden muss oder eben grobe Richtung nicht. Das Pleuel ist zum Beispiel bei den LC4-Modellen das schwächste Glied in der Kette und fliegt sehr gerne mit den Hauptlagern, sprich Kurbelwellenlagern weg. Dem kann man ein bisschen entgegenwirken, in dem Moment, wo man ein größeres Axialspiel fährt. Wo wir beim Thema Spezialwerkzeug sind oder generell, wo ich gerade bei den Innenringen auf die Spezialwerkzeuge zu sprechen kam, für die meisten Modelle in den meisten Baujahren bis heute, mittlerweile sogar auch fürs Primärrad, brauchst du heute Abzieher und oder Spezialwerkzeug. Diese hier zum Beispiel M26x1 oder ein Spezialschlüssel für die Kupplungskörbe, damit ihr den Innenkorb festhalten könnt, um die Mutter zu lösen. Ich blende euch hier ein Bild ein. Auch dafür braucht ihr entweder was Universales oder was Spezielles für dein Modell oder für das Modell, wo du gerade dran arbeitest, um diese Körbe dementsprechend vernünftig festzuziehen, vernünftig lösen zu können, ohne dir Gefahr zu laufen, den Korb als solches außen zu beschädigen und oder zu brechen. Du kannst den Außenkorb nicht festhalten und dann den Innenkorb lösen, weil sich der innere Teil freidreht, so gesehen. Demnach kommst du da dann auch mit dem Schraubendreher nicht weit. Das funktioniert nicht. Du brauchst Spezialwerkzeug, um den Kupplungskorb, um den Primärrad oder sonst irgendwas abzuziehen, weil das auf sogenannten Konen sitzt. Das heißt, es läuft so ein bisschen spitz zu. Da ist das draufgepresst, so gesehen. Und demnach brauchst du dafür Spezialwerkzeug. Ansonsten machst du wahrscheinlich mehr kaputt. Ich kann dir sowieso sagen, besser bei Ebay einen Abzieher kaufen für einen 30er als einen neuen Rotor für 140 kaufen und den Abzieher legst du dir beiseite. Die brauchst du immer mal wieder, in Anführungsstrichen. Thema Ölpumpen. Auch wenn Ölpumpen permanent in Öl laufen und Ölpumpen sind es dennoch Verschleißteile. Diese Nylon-Kunststoffräder treiben über eine kleine Nase bzw. Feder auf klugscheißer Deutsch diese zwei Wellen an. Das sieht entweder so aus oder direkt im Gehäuse eingelassen, im Falle vom RFS oder 690, wie auch immer. Einmal außen und einmal innen und verdrängen das Motoröl und pumpen es somit dann in die Runde. Das ist ein Verschleißteil und viele vergessen das nachzugucken. Die Spezifikationen unterscheiden sich so ein bisschen zwischen den Modellen, aber in der Regel bist du bei maximal von zwei Zehntel, sprich 0,2 Millimeter. Wo dann diese Verschleißgrenze ist. Nur weil die in Öl laufen, heißt das nicht, dass die nicht verschleißen. Du siehst dann auch im Zweifelsfall, was ich meine. Guck dir bitte deine Ölpumpen an und vergiss sie nicht auf dem Weg. Das gleiche gilt für diese Nylon, POM, was weiß ich was, Ölpumpenräder. Kommen wir zu Gehäuse, Motorgehäuse allgemein. So ein Motorgehäuse muss vernünftig sauber gemacht werden. Komm nicht auf die Idee, damit dann in irgendeinem dreckigen Schuppen mit deinen dreckigen Fingern an diesem Motor rumzufummeln. Das macht man nicht. Diese Bauteile, die hier alle so verbaut sind, haben gewisse Toleranzen und Maße, die eingehalten werden müssen und da gehören so Sachen wie, dass man das mit sauberen Fingern anfasst dazu. Denn so ein Lager, beziehungsweise so ein Lagerspiel hier, ist nicht besonders groß und ein kleines Steinchen kann da schon sehr viel Ärger machen. Dementsprechend würde ich dir schlicht und ergreifend empfehlen, sauber zu arbeiten. Und mit sauber meine ich, dich an die Toleranzen zu halten und dementsprechend sauber zu arbeiten, sprich saubere Hände zu haben und dazwischendurch dann öfter mal den Lappen in die Finger zu nehmen. Zu lagern aus dem Gehäuse raus oder ins Gehäuse rein, gibt es eine Menge zu sagen. Aber grundsätzlich, was du erstmal wissen musst, bevor du anfängst, ist, das geht in der Regel entweder über Druck, sprich mit einer Presse oder mit Wärme. Ich mache es gerne so, ich nehme dieses Gehäuse so wie es ist, quasi leer, es sind nur noch die Lager drin, alles anderes raus und lege es so wie es ist in den Ofen. Bei 250 Grad brauchst du ungefähr 32 bis 35 Minuten, je nachdem wie viel Dampf auf deiner Leitung ist, um auf eine Gehäusetemperatur von 150 bis 170 Grad zu kommen. Das bedeutet dann wiederum, wenn du dein Gehäuse auf ein Stück Holz schlägst, dass die Lager im Regelfall einfach rausfallen. Abkühlen lassen, Gehäuse reinigen und genauso die Lager auch wieder einsetzen oder aber mit einer Presse auspressen. Da gehört aber ein bisschen Erfahrung dazu. Das hier ist jetzt ja für ganz, ganz blutige Anfänger, gehe ich jetzt nicht drauf ein und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, findest du dazu, wie zu allen anderen Punkten hier, detailliertere Videos. Nur eben einmal so grob ist das dann da. Grundsätzlich noch was zu Lagern und Gehäusen. Wenn du einen Motor neu aufbaust und neue Kurbelwendenlager einsetzt, hast du ja neue Lagerinnenringe bei deinen Lagern dabei. Das hier ist für Markus Motor, deswegen kann ich das einfach öffnen, um euch das zu zeigen, falls du dich jetzt fragst, wieso hat der das so rumliegen. Und ich meine diesen Lagerinnenring. Der sitzt hier in dem Lager drin und gehört dazu. Das ist quasi ein Lager. Aber dieses Lager ist eben zweiteilig. Und dieser Lagerinnenring wird, wie ich das vorhin erklärt habe, auf die Kurbelwelle geschrumpft mit Wärme. Wie gesagt, detaillierte Videos habe ich dir alle in der Videobeschreibung verlinkt, falls du wirklich ins Detail gehen möchtest. Das bedeutet, dass wenn das Lager im Gehäuse drin ist, dieses auf die Kurbelwelle aufgeschrumpft werden muss. Damit ist es aber nicht getan. Da gehören sogenannte Passscheiben drüber. Oder drunter. Und die sehen so aus. Ich hoffe, dass die Kamera das hinbekommt. Das sind so dünne Metallscheiben. Die sind von, jetzt muss ich dich anlügen, einem Zehntel bis, ja die gibt es im Prinzip auch bis wahrscheinlich anderthalb Meter. Aber in unserer Welt hier sind die von 0,10 Millimeter bis 0,50 Millimeter in der Regel so im Einsatz. Und die legt man im Prinzip auf die Kurbelwelle, worauf wiederum dieses Lager dann drauf gesetzt und geschrumpft wird. Wie gesagt, guck dir das in dem Video detailliert an. Womit dann das Axialspiel, sprich das Spiel, was die Kurbelwelle so im Motor hat, wird damit eingestellt. In der Regel gilt tendenziell lieber ein bisschen zu groß als zu klein, weil du sonst durch Walken deine Kurbelwelle Lager wieder kaputt gemacht werden. Das ist auch der Grund, warum es dann Leute gibt, die lieber auf Rillenkugellager umbauen. Wenn Rillenkugellager tatsächlich besser wären, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen und annehmen, würde KTM die wahrscheinlich mittlerweile heute einbauen. Die sind aber immer noch bei Zylinderrollenlagern geblieben und das hat auch einen gewissen Grund. Nämlich, dass die Kräfte deutlich höher sein können, die diese Lager hier vertragen. Nichtsdestotrotz können diese Zylinderrollenlager aber diese Walkkräfte nicht so gut aufnehmen, deswegen macht man das Spiel als solches ein bisschen größer. Um eben das auszugleichen, lange Rede gar keinen Sinn. Du musst das Axialspiel einstellen, auch da bist du wahrscheinlich wieder mit Spezialwerkzeug gut bedient. Musst du wissen, denk da dran, sobald du anfängst hier in Richtung Kurbelwelle und Co. zu kommen, dass eben das dazu gehört. Und wenn du dir jetzt denkst, das war mir aber ja alles ein bisschen zu wenig, ich will mehr sehen, dann kannst du dir dieses Video angucken, beziehungsweise diese Playlist angucken. Da baue ich einen kompletten Motor der Reihe nach auf, wo im Prinzip alles drin ist, was du wissen musst. Speziell für dieses Modell kannst du dich dann vollständig daran orientieren.